Der Seiltanz mit den besonderen Momenten Das Leben ist voller besonderer Momente. Und gleichzeitig fühlt es sich manchmal an wie ein Seiltanz. Mal aufregend schön und erfolgreich, mal aufregend stressig und blockiert. Du bist herzlich willkommen zu einer Online-Workshop-Reihe, die aus unterschiedlichen Perspektiven und Ansätzen beleuchtet, wie du deine besonderen Momente gestalten kannst. Erfahre, wie du durch bewusstes Fühlen, Denken und Handeln mehr Lebensqualität in dein Leben bringst, die dich positiv bereichern wird. Erfahre mehr über die Kraft deiner eigenen Identität, über eindrucksvolle Momente und über das bewusste Erleben deiner Sinne. Über deine innere Familie, die dich stärken kann, sowie über die Wohltat starker Beziehungen und wie du mit dem Klang deiner Stimme feinste Beziehungsräume öffnen und gestalten kannst. In sechs aufeinander aufbauenden Einheiten erfährst du, wie sich durch deine bewusste Entscheidung zur facettenreichen Selbstreflexion neue Perspektiven öffnen, um besondere Momente noch intensiver erleben zu können. Trotz positiver Lebenseinstellung kommen wir immer wieder an unsere privaten und beruflichen Grenzen, hadern mit uns, den Umständen oder mit unserem Umfeld. Aus welchem Grund ist das so? Und was gibt es gerade deshalb Besonderes zu entdecken? In uns selbst und in der Begegnung mit anderen. Wähle dich noch heute gerne an. Wir freuen uns auf dich. Deine Simone Hauswald, Volker Siegler und Sonja Kauwain. Deine Simone Hauswald, Volker Siegler und Sonja Kauwain.